Aua, mein Kopf, er tut so weh. Okay, warte mal, ich hau mich die ganze Zeit selbst. Ich glaube, das sollte ich vielleicht nicht machen. Oder wie wär's mit einem Riesenhammer, Aua? Oh mein Gott, Freunde, denn Freunde, ihr seht's, wir müssen uns heute die ganze Zeit wehtun. Aua, Aua, Aua. Und am Ende müssen wir gegen einen Boss kämpfen und tippen, um dich zu schützen. Ey, warte mal, zu schützen oder zu stützen? Warte mal, ich krieg nur 8 Tipps die Sekunde hin? Oh. Und Aua. Okay, wir haben offiziell verloren. Wie wäre das, wenn wir gegen den Fußball kämpfen? Ich meine, der ist einfacher. Und oh, Freunde, schaut mal, schaut mal. Wir sind gut. Wir müssen das vielleicht vollkriegen oder auch nicht, aber... Komm, 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 wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen und... Ich glaube, 80% haben wir oder so. Oh nee, Aua, die Bälle. Okay, also hauen wir mal weiter auf unseren Kopf ein. Aua, Aua, Aua. Wir können hier anscheinend auch noch Geld verdienen, okay, um neue Items freizuschalten. Oder Haustiere bekommen. Okay, ansonsten, wie verdiene ich eigentlich Geld? Ich muss das wissen, hallo? Ah, ich glaube, wir verdienen das Geld, indem wir den Fußball besiegen. Also den Boss. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht können wir jetzt den Boss ja schlagen. Und Freunde, schaut euch das an. Das sieht gut aus. Wir haben 100% und... Ja, fertig. Wir stehen gegen die Bälle. Wir gewinnen also. Yeah. Okay, wir können uns einfach hier ein Autoboss und Autohauen kaufen. Okay, warte mal. Ich öffne mal eine Kiste hier so. Können wir uns drei gleichzeitig... Ja, das gilt sogar. Und... Oh, alte Spitzhacke und warme Flamme. Okay, warte mal. Ich rüste einfach mal. Wie viele Sachen können wir ausrüsten? Okay, zwei. Cooldown und... Okay, Cooldown. Alte Spitzhacke und... Au. Au. Und warme Flamme. Junge, ich... Ich kann Feuer spucken. Hey, wie cool. Leute, ihr seht, wir werden jetzt nach und nach immer, immer besser. Wir können ja nochmal die warme Flamme benutzen. Eww. Oder die alte Spitzhacke? Aua. Okay, aber eigentlich brauchen wir noch Haustiere. Und Freunde, ich würde sagen, komm, wir kaufen uns Karl das Auto für 99 Bubucks. Okay, das sieht echt verrückt aus. Aber wir werden mal Karl ausrüsten und... Ja. Schaut euch das mal an, wie schnell wir jetzt was bekommen. Ich kann jetzt auch mal hier gegenspringen und... Ja. Oh mein Gott, wir sind jetzt schon bei 400. Warte mal, können wir... 600 ist empfohlen. Ich würde sagen, wir warten einfach nochmal kurz. Damit wir auf jeden Fall zu 100% gegen diesen Boss gewinnen. Gegen den Hydraulik-Boss. Wer kennt es nicht? Okay, Freunde. 150 Gold kriegen wir, wenn wir das schaffen. Ja. 2%, 30%. Ja, okay. Ich denke mal. Ich denke mal, Freunde. Das sollte möglich sein. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wow. Okay, wir haben sogar noch 2 Spins bekommen. Wir können ja vielleicht mal hoffen, dass wir vielleicht ein cooles... Oh. 1%-Pet bekommen. Was? Der greift. Okay, Freunde. Warte mal. Wie gut ist der? Oh mein Gott. Mal 1.300, Leute. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber wir können weitergehen. Wow. Schaut euch mal an, wie stark ich bin. Ich habe jetzt einfach schon 15.000 Stärke. Nun geht es damit eh die zweite Welt. Wir entsperren mal und kommen weiter. Was können wir hier neue Region freigeschalten? Okay. Und warte mal, Freunde. Wir testen mal. Jawas. Ey. Man kriegt übelst viel Damage vom Auto. Knapp 4000 Damage bekomme ich einfach pro Sekunde. Also pro Schlag besser gesagt. Wir können hier auch mal Autozug, also Autoschlagen drauf machen. Das soll uns auf jeden Fall ein bisschen helfen, hoffentlich. Hier gibt es sogar neue Items. Wir können ja mal gucken, wo sind die Bosse. Oh mein Gott. Zwei Autos. Warte mal. Äh. Okay. Der hier ist easy, Freunde. Den. Jawas. Ey. Wie stark bin ich denn jetzt schon wieder? Das Auto hat gegen mich überhaupt keine Chance. Ich bin der Stärkste. Okay. Und wie sieht es mit dem Tanker, also mit dem Tank aus? Eine Tanker-Kollision. Ich meine, ja, Freunde. Ich bin auch stark. Ich bin stark. Ich bin stark. Bitte, bitte, bitte. Acht Tabs die Sekunde. Ey. Easy. Ich glaube, Freunde, wir werden gleich weiterziehen in die nächste Welt. Oh, der explodiert einfach. Der fährt gegen mich und hat keine Chance. Also nicht mal 1,1% hat er eine Chance, ne? So. Oh mein Gott. Wir brauchen 8K. Aber wir können das beschleunigen, indem wir uns einfach 5K kaufen. Einfach 5.000 Geld mal gekauft. Ich will nämlich direkt weiterleiten. Let's go. Hier rein in die Spielplatz-Area. Hier können wir anscheinend... Wow. Okay. Wir können uns so hinstellen. Auch plus 3K. Hier ist der Endboss. Wir können ihn mal probieren. Hier geht es sogar in die nächste Welt. Rebirths können wir auch machen. Wow. Okay, Freunde. Hier kann man echt viel machen. Aber ich würde sagen, wir gucken mal. Wo ist der Endboss? Der Endboss ist hier hinten in der Ecke. Und das ist einer... 177.000 empfohlen. Was? Okay. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal das Flugzeug. Und... Okay. Okay. 1%. Ey. Das könnte was werden, ne? Warte mal. Wir müssen ganz, ganz schnell klicken. Oh nein. Oh nein. Das wird überhaupt nichts. Warte mal. Ich... Ne. Autoklick geht nicht. Mist. Okay. Toll. Oh nein. Da kommt... Da kommt das Flugzeug. Aua. Voll auf den Schädel. Okay. So hat das auf jeden Fall nicht funktioniert. Das bedeutet, wir müssen echt nochmal ein bisschen uns weiter trainieren. Okay. Wo trainieren wir eigentlich? Wir hauen uns die ganze Zeit nur auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich frage mich gerade, kann ich mir eigentlich auch irgendwo einen neuen Hammer holen? Ich meine, ich habe hier plus 1 Hammer. Gibt es nicht aber noch bessere? Wir müssen mal schauen. Hier haben wir Spawn vielleicht. Ich meine, Gegenstände, ja, haben wir. Aber wie sieht es aus mit einem besseren Hammer, Leute? Wir brauchen unbedingt einen besseren. Zum Beispiel hier und... Oh, warte mal. Wir haben 1,5k. Ich würde sagen, äh... Wir holen uns den Zweiten. Der Zweite gibt uns jetzt... Yo, viel, viel mehr. Wir können viel, viel schneller, äh... Ja, leveln. Und wir sind in der Endzone bei Park Area. Wir... Ey, jetzt habe ich schon 300k. Ich würde sagen, easy. Der... Also, wenn der jetzt nicht leicht fällt, dann habe ich auch keine Ahnung. Yo, 4, 4, 4, 4, 4 plus 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3. Oh mein Gott. Das war's. Yo, wir haben es geschafft. Yo... Du hast keine Chance gegen mich, ja, Flugzeug? Okay, das Gleiche will ich einfach noch mal machen. Ich kaufe mir einfach noch ein besseres. Warte mal, 9000. Wie teuer ist das hier oben? Ne, warte mal, 42... Hä? Das ist... Das kostet nicht so viel und ist besser? Oh, nee. Okay, warte mal, wir kaufen uns einfach den Steinschlag. Yo, 400k. Und wir sind beim Parkwelt, bei der Parkwelt, beim Ende. 600k. Und wir gehen in die nächste Welt. Oh. Okay, warte mal, das kostet mich 36.000. Was soll das denn jetzt hier? Es geht in die nächste Welt, in die Fantasiewelt. Oh mein Gott. Wir können uns hier weiterhauen und... Oh mein Gott, warte mal. Au. Au, Junge. Wir sind einfach so eine Äxte, die uns hauen. Gegenstände, neue Gegenstände. Okay, 74.000, ey. Das ist richtig teuer. Ähm, ja stimmt, das haben wir gar nicht mehr benutzt hier. Aber, ich glaube, das brauchen wir auch gerade nicht. Was kostet das nächste? 3,5 Millionen empfohlen. Das sollten wir easy schaffen, den Turmsturz. Also, Leute, das ist innerhalb 2 Sekunden easy geschafft. Also, wenn wir jetzt hier runterfallen, sollte uns überhaupt nichts passieren. Yo. Wir überleben das easy. Okay, wir hauen mal weiter, damit wir auf jeden Fall noch ganz, ganz schnell die 3,5 Millionen Schmerz bekommen. Mit was kann ich hier eigentlich upgraden? Äh, okay, warte mal. Wir graden einfach mal ab hier so ein paar Mal. Oh, Null angefangen. Mist, das habe ich vergessen. Das habe ich nicht einberechnet. Oh, nö, ne? Guck mal, hier kann ich sogar plus essen. Also, einen 100, äh, plus 100%igen Schmerz. Keine Ahnung. Oh, auf jeden Fall hat der mir ein bisschen was gebracht, hoffentlich. Für 300 Sekunden bringt der mir was. Wir machen jetzt das Doppelte an Schmerz. Wir haben jetzt schon wieder gleich 2 Millionen. Es geht so, so verdammt schnell. Okay, dafür brauchen wir einfach 3,5 Millionen. Ich denke mal, die werden wir easy schaffen, hä? Und ich würde sagen, wir testen das Belagerungsstück mit 3,9 Millionen. Tipp, 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 tipp. Bitte, 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 Freunde. Ich muss das unbedingt schaffen und, joa, ey, easy. Easy und easy peasy lemon squeezy. Ha, selbst dieses Belagerungsitem hat keine Chance gegen mich. Was bringt mir eigentlich hier dieses Robux-Token oben? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe auch noch nichts gefunden, wo ich das benutzen kann. Wir brauchen 731.000, um hier eine Welt wieder weiterzukommen. Und ihr seht, es gibt hier noch zigtausende Welten, wo wir auf jeden Fall noch ordentlich viel erleben können. Und ich kann hier aber hier nochmal 3 so 3 Tipps öffnen. Mal gucken, die werden natürlich jetzt besser sein als, ja, als die davor. Und ich teste das Bilderschock und... Au, und das Stein oder... und das Holzschmerz? Aua. Ich habe jetzt schon 4,3 Millionen zusammengefarmt. Und eine Stärke natürlich von 21 Millionen. Wir können uns hier theoretisch neue Gegenstände freischalten, die jetzt auch schon besser sind. Und hier haben wir so eine Wagen, gegen die wir, ja, auf jeden Fall uns Schmerzen holen können. Oder, warte mal, das auch? Nee. Okay, wir... Aua. Junge. Das macht so Spaß. Okay, hier haben wir Bosse. 21 Millionen haben wir. Ja, die hier schaffen wir. Die Schusslinie, die sollten wir auf jeden Fall schaffen. 1,1 Millionen bekommen wir, falls wir die schaffen. Und, ja, ihr seht, schaut euch mal unten an. Es geht so, so schnell, dass wir auf jeden Fall sehr, sehr stark vorankommen. Keine Pfeile können nämlich treffen, weil ich einfach der absolute Stärkste bin. Und, ja, ich gewinne damit. Aber eigentlich ist das Spiel echt komisch, ne? Man muss sich die ganze Zeit nur wehtun, Freunde. Oh, Mann, ey. Was haben wir hier nur getan, ey? Warte mal, wo? Hier, ich kaufe mir nochmal 3 Gegenstände. Dann bekommen wir wahrscheinlich nochmal richtig, richtig coole Items. Schwerer Schock. Kriegsschwert. Okay, wir haben einige coole Sachen bekommen. Schock und Kriegsschwert. Warte mal, wir testen es aus. Kriegsschwert und... Oh, nein, das ist das gleiche wie das Holzschwert. Ja, okay. Und Elektroschock. Ja, Freunde, ihr seht es. Es gibt auf jeden Fall noch viel, viel zu entdecken. Wenn ihr dann wollt, dass wir noch einen zweiten Part machen, wo wir noch weiter kommen, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostet das Abonnieren. Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen beim anderen Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020